Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Es ist wieder eine Woche rum. Wir haben den SCB Worst Report für euch und wir hoffen, bei euch ist auch der Frühling ausgebrochen, denn hier haben wir richtig schönes Wetter gerade. Ja, es ist richtig schön. Die Sonne scheint, irgendwie alles wärmt sich, unsere Herzen, unsere Stimmung, alles super. Genau. Damit kommen wir auch direkt zu unserem Hot Topic im wahrsten Sinne. Schöne Überleitung mit Wärmzig und so. Ja, sehr gut. Ja, und da haben wir natürlich 2.4 Updates für euch. Das heißt, der Star Citizen Patch 2.4 ist leider noch nicht im PTU, sondern wurde verschoben. Ja, aber das macht nichts, denn wir haben ein paar Fakten, mit denen wir dann rechnen können, wenn er dann draußen ist. Und vielleicht ist es ja auch schon nächste Woche soweit. Ja, genau. Also es kann sein. Sie haben gesagt, wenn es nicht letzte Woche war, versuchen sie es jetzt. Die Woche auf jeden Fall von Tag zu Tag steigt die Spannung. Und wir wollen euch jetzt mal zusammentragen, was wir bereits denn schon wissen. Denn so ein paar Sachen hast du ja schon angedeutet, sind richtig. Was wissen wir also über den Patch? Also, wir wissen, dass es der größte Release seit 2.0 sein wird. Betonen sie immer wieder, ne? Ein bisschen wie die Transition damals, die Veränderung von Arena Commander zum Crusader, also zum Mini-PU, wie es jetzt so ist. Das heißt, da wird uns einiges erwarten und ein paar Details haben wir da auch noch schon. Nämlich, ich fange mal an, die erste Implementation der Persistenz soll kommen. Das heißt, wir wissen noch nicht genau, was übertragen wird von Game Session zu Game Session, aber wir können uns vorstellen, Schäden zum Beispiel oder eben auch Geld, was ihr verdient habt oder Missionen, die ihr erledigt habt. Wäre so meine Idee. Genau. Vielleicht das Rufsystem. Mal sehen. Wissen wir noch nicht. Dann auf jeden Fall das erste Shopping wird auf jeden Fall drin sein. Das wurde auch bestätigt, ne? Und wie kann man die ganzen Sachen bezahlen? Mit der Alpha UEC. Das ist auch schon bestätigt. Das heißt, wir haben jetzt also eine Währung. Wir haben, was man mit dieser Währung kaufen kann. Und wir haben etwas, damit die Währung erhalten bleibt. Also die Sachen haben wir schon, sozusagen, indem ihr euch dann aufstapeln könnt in euren Accounts und damit dann wirklich loslegen könnt. Außerdem wird es hier einen schmerzlichen Abschied geben. Haha. Haha. Ich wollte gerade sagen, von wegen schmerzlich. Du heierst doch innerlich. Ja, definitiv. Der Holotable wird verschwinden. Und dafür wird es dann eine MobiGlas-App geben, mit der ihr dann eure Schiffe ausstatten könnt, alles anschauen könnt und so weiter. Da gibt es noch ein paar mehr Infos dazu. Da kommen wir dann gleich in den Weekly Updates nochmal drauf. Und der Holotable wird nicht vollständig und für immer verschwinden, sondern... Er kommt wieder. Er kommt wieder. Ja. Aber im verbesserten Design. Ja, definitiv. Das haben sie auf jeden Fall versprochen. Das will ich auch hoffen, ehrlich gesagt, dass er besser ist als das. Also von daher, ich werde dem Ding keine Tränen nachweinen, sondern freue mich auf das MobiGlas. Und von da aus geht es dann nochmal zu den Schiffen. Genau. Denn, was auch klar ist, oder was wir jetzt auch wissen, die Reliant, die wird Hangar-Ready werden. Höchstwahrscheinlich nicht Flug-Ready oder Flight-Ready, aber zumindest Hangar-Ready. Und die Starfarer, die wird wiederum Flight-Ready werden. Ja, das haben sie schon erzählt. Das haben sie in Around the Verse erzählt, dass die schon fliegt und unterwegs ist und dementsprechend hoffentlich mit 2.4 dann auch wirklich für alle so weit ist, dass man sie fliegen kann. Ja, und jetzt kommen wir zu den Punkten, wo wir nicht genau wissen, was passiert. Und damit geht es auch mit der Starfarer los. Ja, genau, mit der Gemini. Also da wissen wir nicht, ob sie Hangar-Ready wird. Kann sein, muss aber nicht. Ja, müsste man wieder spekulieren. So ist es. Dann die Veränderungen auf Port Olisar. Ja. Sie haben ja angekündigt, dass sie das fürs Shopping verändern wollen, dass da zusätzliche Shops reinkommen. Sie haben allerdings nicht explizit gesagt, ob das jetzt mit 2.4 schon der Fall sein wird oder ob das später kommt. Das wissen wir also in dem Fall noch nicht. Außerdem wissen wir auch noch nicht, ob jene angekündigte Piratenstelle Piratenstation, wo man als Verbrecher respawnen kann. Auch jetzt bei 2.4 schon drin ist oder ob das eine zukünftige Entwicklung ist. Das haben wir noch nicht rausgefunden. Und dann gab es noch eine Sache. Ja, eine entscheidende Sache eigentlich. Das Männchen-Weibchen-Character-Thema. Also das ist auch noch nicht klar, ob das jetzt schon stattfinden wird oder nicht. Ob da diese Unterscheidung stattfinden wird. Ja, lassen wir uns überraschen. Aber das wäre ja eigentlich ganz schön. Ja, total cool. Wenn man dann zwischen Männlein und Weiblein erscheinen kann und sich dann auch noch individualisieren kann mit den Klamotten. Ja, genau. Da werden wir sehen, ob das passiert. Das waren auf jeden Fall unsere Updates zu 2.4. Und wir gehen jetzt von dort aus in die Weekly-Updates. Und da gehen wir gleich zu Around the Worst. Ja. Und da war ja bis zum 2.5. der Verkauf der Prospector. Und der soll wohl sehr erfolgreich gewesen sein. Ja. Also haben ja auch schon viele im Chat geschrieben, dass es euch auch gefallen oder dass die euch auch gefällt und so. Ja. 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 Und was gab es noch Neues? Genau. Beide Teile dazu zu den Q&A sind draußen. Genau. Könnt ihr euch anschauen. Da haben sich nämlich Weizen und Dozer drum gekümmert. Ganz brav. Die erklären euch alles. Gewartet. Genau. Um die Erklärungen zu liefern. Gleich für euch. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Mining-Schiff. Und ansonsten kann man auch noch sagen, dass es viele Design-Bilder gibt aus der ursprünglichen sozusagen Konzeptphase, wo sie selbst das Schiff entwickelt haben. Könnt ihr mal, wenn ihr Subscriber seid, in euren Vault schauen. Da gibt es einige Bildchen dazu, die man sich da angucken kann. Ja. Und außerdem gibt es noch andere Bildchen, aber die dann eher genauer zu produziert. Die könnt ihr nämlich gerade kaufen. Ja. Ein paar Firmen-Patches, um eure Kleidung dann aufzupeppen. Also ja, von den verschiedenen Herstellern. Also von Misk, Aegis, Anvil und RSI. Ja. Und Drake. Jinx. Ja, genau. Da gibt es jetzt also Patches, die ihr kaufen könnt. Sind jetzt gerade aktuell im Sale. Guckt da mal rein, wenn es euch interessiert und ihr besonderer Fan von einem der Hersteller seid. Ja. Ansonsten gehen wir nochmal, wie vorhin schon angekündigt, auf das Mobiglas und die App ein, die es da jetzt geben wird. Die ist nämlich nicht nur dann da, um den Holotable zu ersetzen, sondern sie wird insbesondere für euren Hangar ein entscheidender Faktor sein. Da könnt ihr nämlich ganz kreativ werden und dann selber entscheiden, wie ihr was und wo ihr was vor allem hinstellt. Und da wird es sogenannte bestimmte Knotenpunkte oder Ports geben, wo ihr zum Beispiel jetzt auch entscheiden, also ein Port wäre zum Beispiel, haben sie das Beispiel genannt, ein Poster. Wird dann zum Beispiel an den Port Wand oder Wall angehangen oder passend. Genau. Genauso wie Aquarium war, glaube ich, auf dem Boden, haben sie gesagt. Ja. Richtig. Das heißt, ihr könnt dann über die App sozusagen überlegen, da wird dann euer Hangar angezeigt und da könnt ihr das dann alles verschieben und verdrehen und verändern, wo ihr es gerne hinhaben möchtet. Dadurch kann der Hangar auf jeden Fall deutlich individualisierter gestaltet werden und außerdem wurde da im Backend eben sehr, sehr viel verändert, damit jeder jetzt seinen eigenen Hangar einrichten kann, wie er das möchte. Ist natürlich auch nur der Anfang von dem Ganzen und sie haben auch schon früher darauf hingewiesen, dass es da am Anfang viele Bugs geben wird. Also von daher seid ein bisschen geduldig. Da raus schwimmen aus dem Aquarium. So in der Art. Genau. Aber das ist auf jeden Fall einer der Kernteile der neuen Mobiglas-App. Wir gehen weiter zur Charaktergestaltung. Da gibt es jetzt nämlich eine Synergie aus dem UK und dem US Office. Die sind nämlich ganz fleißig dabei, ihre Charaktergestaltung voranzutreiben und im Moment sind sie mit den Haaren beschäftigt. Und da haben sie auch gesagt, besonders von der einen Schauspielerin, Sophie Wu, die so längliche Haare hat und eher glatte und da versuchen sie jetzt gerade anscheinend die Strähnen alle so gut darstellen zu können. Star share, genau. Mit dem Zopf ist es ja eigentlich immer einfacher. Richtig. Wenn dann hier vorne so ein Strähnchen. Genau. Das versuchen sie gerade zu machen und versuchen das dann eben auch in dieser Genauigkeit, in dem Detailgrad, nicht nur für Squadron 42 umzusetzen, sondern eben auch ins PU zu bringen, sodass man das später sehr, sehr schön sehen kann und dass sich das wirklich gut abhebt. Ansonsten haben sie noch gesagt, dass es einen Performance-Capture-Shoot geben wird, einen weiteren. Also sie arbeiten immer noch daran, die restlichen Lücken sozusagen aufzufüllen und das zu kompetenieren. Pickups auch zu machen. Pickups zu machen, so ist es. Ja, und außerdem wurde viel Kleidung kreiert und zwar in Form von Kleidung, die in Terra üblich ist zu tragen, die auf der Erde üblich ist zu tragen, die in den Grenzsystemen so eher beliebt ist und Vendul-Kleidung wurden auch gemacht. Also dann findet auch eine Unterscheidung statt quasi zwischen den verschiedenen Gesellschaftsklassen. Mhm, das werdet ihr dann sehen. Genau. Ja, insbesondere bei uns, wenn ich dann in meinem völlig abgeranzten Entdeckermantel rumrenne und du in deinem hübschen Ballkleid, das wird eine coole Sache. Oh, Ballkleid. Sag mal, wenn dann mein Catwoman-Journalisten-Outfit oder so. Ja, finde ich super. Ja, sehr schön. Nee, nee, sehr gut. Also von daher wird es da vieles Neues geben und das greift nämlich in den nächsten Punkt, den sie auch erwähnt haben bei Around the Verse, dass sie jetzt nämlich einen Release-Plan haben bis Ende des Jahres, was es alles an Läden und, ja, deren Inhalten geben wird. Finde ich sehr cool. Ja, das klingt auf jeden Fall, als wenn da jetzt der Plan, wenn der schon mal da ist, dann geht das auf jeden Fall auch voran. Und voran ging es auch mit der prozeduralen Planetentechnik. Da haben sie nämlich auch wieder fleißig weiter dran gearbeitet, vor allem an den Atmosphären und an den Oberflächen. Ja, also das klingt alles eigentlich ganz gut. Genau. Definitiv. Ja, von da aus gehen wir dann weiter zu dem Ship Shape und den Schiffs-Updates, die damit zusammenhängen. Und zwar kann man da also sagen, da gibt es jetzt coole Konzepte, die gemacht werden in Bezug auf die Caterpillar, auf die Dragonfly und auf die Buccaneer, wenn ich mich recht entsinne. Ja, sehr richtig entsinnt. Genau. Und die Caterpillar, da haben sie gesagt, das Design-Team ist jetzt mit der Caterpillar im White Boxing. Ja, das heißt, da geht es ordentlich voran. White Boxing ist ja immer schon eine sehr, sehr gute Phase, wo sie dann wirklich versuchen, das Schiff zu finalisieren. Außerdem wird auch weiter an der Reliant gearbeitet. Die Reliant, wie gesagt, wird jetzt erstmal Hangar-Ready und sie arbeiten sehr hart daran, es mit den nächsten Patches dann wirklich zu schaffen, sie Flight-Ready zu kriegen. Könnte sogar sein, dass es innerhalb des 2.4er-Patches noch passiert, aber das wissen wir jetzt an der Stelle noch nicht. Was auch noch gesagt wurde, sie arbeiten am Schiffstuning, also an dem Verbessern der Schiffe und der Eigenschaften der Schiffe. Ja, und dann gab es eine richtige Ship-Shape-Episode zur Herald, glaube ich. Ja, weil die war ja eine ganze Zeit lang aufgeschoben oder wurde aufgeschoben, die Arbeit daran, aber jetzt geht es daran weiter. Also in der gesamten Entwicklung sind aktiv jetzt wieder dabei und da gab es eine ganze Episode zu. Da werden wir euch ein Voice-Over zu machen, also ich werde mich da drei Wochen drum kümmern, dass ihr das nochmal als kleinen Klammerteil übersetzt kriegt sozusagen und dann wirklich direkt hört, worum sie da genau reden. Das ist nämlich ein sehr spannender Teil von Around the Verse gewesen. Nächster Punkt war dann Reverse the Verse und zwar der Subscriber Edition Stream. Genau, und da geht es im Prinzip heute, oder da ging es in der ganzen Show um den Sound. Musik klingt es in unseren Ohren. So ist es, ja. Und da haben sie sich zusammengesetzt mit dem Komponisten Pedro Camacho und dem Senior Sound Designer Ross Tregensa. Genau, und auf jeden Fall haben sie schon mal berichtet, dass der offizielle Soundtrack von Star Citizen jetzt fertig ist. Sie sind ganz begeistert von dem Orchester, von der Orchestermusik. Also das muss Wahnsinn sein. Das ist ein ganz besonderes Gefühl, glaube ich. Ja, denke ich auch. Und Ross wiederum, oh, entschuldigung, wirst du das? Nee, nee, bitteschön. Ich bin jetzt gerade hier so im Musikflow. Ja, hoch rein, los geht's. Und Ross wiederum, der ist zuständig für die dynamische Musik und das finde ich halt auch total spannend. Da haben sie halt erklärt, es soll dann für das ganze Universum, für das ganze Erlebnis ja Musik überall geben. Egal wo du bist, du sollst dann irgendwann intuitiv wissen, ah, okay, die Musik verändert sich, also muss ich jetzt in dem und dem Gebiet sein. Also je nachdem, wo sich die Species auch aufhalten oder verschiedene Species oder wir Menschen. Ehrlich ist oder nicht zum Beispiel, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so unterschwellig suggeriert wird, sozusagen. Hier musst du ein bisschen vorsichtiger sein oder hier tanzen gerade die Banu lustig um den Bartisch, was auch immer. Aber auf jeden Fall wird es wahrscheinlich sehr viele Stimmungen geben und dafür ist ja Musik auch hervorragend geeignet. Außerdem kann man sagen, dass sie sich über Radiostationen im Spiel Gedanken machen, also dass sie sich überlegen, wie man das einbringen könnte. Und vielleicht, wie ursprünglich schon mal angekündigt, dass das auch von Spielern gesteuert werden kann, wäre ziemlich cool, dass wir das so ein bisschen einbringen könnten. Lest mal in das ganze Ding rein, es ist ein total cooler Artikel geworden zum Subscriber-Livestream. Und vor allem alle, die sich für Musik und die mächtige Wirkung von Musik in diesem Spiel interessieren, die können da viele Informationen daraus abgreifen. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Und damit sind wir schon bei zehn Fragen an Chris Roberts. Denn for the chairman is coming und wir haben uns natürlich aus den vielen und wirklich auch diesmal sehr interessanten Fragen haben wir uns drei rausgepickt, die wir euch jetzt mal so vorstellen. Lest mal in den Artikel von SCB rein, da sind wirklich noch ausführlichere Antworten und vor allem noch mehr Fragen und die sind alle eigentlich ziemlich spannend diesmal. Das erste, was wir uns Horus Kraus gesucht haben, war natürlich die Frage, Klamotten und was gibt es jetzt am Anfang? Ja, genau. Also was wird bei der Implementierung drin sein und was für Auswirkungen wird das quasi auf euren Charakter haben? Ja, also Hosen, Jacken, Shirts, Rüstungen. Das war die Aussage. Und sie haben auch gesagt, die Legacy-Rüstungen, dass die vorerst nur quasi sein werden, die werden dann später verschwinden. Ja, genau. Legacy-Rüstungen sind die Rüstungen, die sechs Stück, die wir jetzt schon kennen. Das sind also eine leichte, mittlere und schwere Outlaw- bzw. Marine-Rüstung. Die sind jetzt im Moment im Spiel, kann man sich halt angucken und im Hangar anziehen. Die werden auch mit den Alpha-UECs kaufbar sein, werden dann aber wieder verschwinden, wenn Squadron 42 kommt und wenn das PU sich weiterentwickelt. Weil dann soll man die Rüstungsteile einzeln zusammenstellen können, dann gibt es nicht mehr dieses Gesamtpaket. Dann sind die wieder weg. Aber für die erste Zeit der Alpha-UEC und der gesamten Star Citizen Alpha werdet ihr sie euch anziehen können und auch brauchen, denn sie bieten euch Rüstungsschutz. Ja. Und später bei den Rüstungen sollen noch zwei andere Dinge dazukommen, die die können. Dann werden das nämlich Wärme- und Lebenserhaltungsmöglichkeiten oder Systeme sein, also die dann nötig sein werden. Definitiv. Das kommt dann mit dem Item-System 2.0. Also da kann man sehr, sehr gespannt sein. Wir gehen zur nächsten Frage, die wir uns rausgesucht haben und da ging es ums Speichern. Also wann kann ich denn meine Arbeit oder die Ladung, die ich dabei habe oder insgesamt das Spiel speichern? Ja. Dann haben wir die Frage auch beantwortet. Ja, also ich meine sonst, wie gesagt, legt ihr euch ins Bett, ne? Bäm, lockt euch aus und dann ist das Ding gespeichert. Ja, diesmal haben sie gesagt, man wird nicht an jedem Ort speichern können. Also natürlich auf planetaren Landezonen oder Raumstationen. Und grundsätzlich, wenn ihr im Schiff seid, also unterwegs seid, werdet ihr nur dann speichern können, wenn ihr nicht in Gefahr seid. Genau, wenn es nicht gerade losgeht und um euch herum geballert wird. Also das heißt, ihr dürft nicht in einem Kampf verwickelt sein, ihr dürft nicht grundsätzlich bedroht sein von irgendetwas, sondern eben müsst in einem sicheren Umfeld sein. Aber auch da in gesicherten Umfällen wird es nicht überall an jedem Ort möglich sein. Ich stelle mir da so vor, wenn ihr da irgendwie so ein schwarzes Loch in der Umgebung habt, dass ihr da nicht unbedingt vielleicht das Schiff verlassen solltet, also ausloggen solltet, das Schiff sich selbst überlassen solltet. Sondern, dass man wirklich dann sich bestimmte Punkte aussuchen muss, wo man dann wirklich speichern kann. Genauere Infos, hat er gesagt, wird es dazu auch nochmal geben. Was er aber auch gesagt hat, ist, dass je nachdem, wie lange ihr offline seid, wird sich... Da könnte sich dann der Wert nämlich eurer Ware mal ganz schnell verändern, nämlich nach unten gehen zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Könnte natürlich auch steigen, wenn ihr wirklich gut gepokert habt. Aber grundsätzlich ist auf jeden Fall das Risiko, da sich der Wert verändert, der Ware, die ihr transportiert. Ja, und von da an geht es dann noch um eine Frage, die ein bisschen spezieller ist, die ich aber auch sehr spannend fand persönlich. Und da ging es um die Merlin und die Constellation. Und da ist die Frage, wann wird es denn möglich sein, mit der Merlin an der Constellation im PU anzudocken? Ja, und da haben sie auch gesagt, da die Technik, die dafür nötig ist, auch für andere Systeme gebraucht wird, unter anderem arbeiten sie jetzt auch gerade an der Idris, also an uns hineinfliegen und landen können. Und sobald diese Technik damit getestet und implementiert wurde und alles fertig ist, dann wird das auch mit der Merlin möglich sein. Genau, also das wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Er hat gesagt, nicht in den nächsten zwei, drei Patches, aber es ist auf jeden Fall für dieses Jahr und für die nächste Entwicklung angedacht, dass das passiert. Na, gucken wir mal, wie es da ausgeht. Und ja, von Ten for the Chairman gehen wir jetzt zu dem Spectrum-Dispatch, den wir hatten. Ja. Far from Home war, glaube ich, die Überschrift. Far from Home, ja. One man's looking at a flying solo. Genau. Und da geht es um Old Jagger. Also falls ihr ihn schon kennt oder falls ihr ihn noch nicht kennt, derjenige welche, der ist seit, ja, über 20 Jahren mittlerweile immer unterwegs auf verschiedenen Planeten. Und wo er früher noch im Verse oder übers Verse gemeckert hat und gesagt hat, scheiße, das geht hier alles nicht voran oder das gefällt mir nicht und ich muss was ändern. Hat aber nie was geändert, hat er sich jetzt zur Aufgabe gemacht, ich tue jetzt mal was fürs Gemeinwohl, für die Gemeinschaft und mache deshalb, ja, karitative Ausflüge. Er nennt sie Altourismen. Schöne Sache. Ja, genau. Und wie gesagt, in dem Dispatch erzählt er euch über sein Leben, über seine Erfahrungen auf verschiedenen Planeten. Er plädiert immer fürs Wählengehen und wie gesagt, sich... Und tut was, um was zu verändern. Ganz genau. Das ist seine Aussage im Endeffekt, ne? Ja. Cooler Dispatch. Respekt vom Dispatch. Mhm. Er erzählt so ein bisschen Hintergründe aus dem Verse und wie man da eben als Flying Solo-Man sozusagen durch die Gegend kommt. Und von daher schaut mal rein, SCB hat ihn für euch übersetzt. Schöne, einfach für alle, die die Lore-Geschichten mögen von Star Citizen, eine sehr schöne Sache. Außerdem übersetzt für euch wurde noch der Galactic Guide des Baker Systems. Baker Systems, genau. Das ist ja ein Doppelstern-System und das wurde dort auch alles erklärt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nur ganz kurz darauf ein, weil ursprünglich hat man gesagt, oder man sagt eigentlich in puncto Ressourcen oder Terraforming sind drei der Welten von Baker jetzt nicht so ideal, also eigentlich nutzlos. Deswegen hat man sie eigentlich schon ziemlich schnell abgeschrieben. Ja. Aber, jetzt kommt das große Aber. Es gibt, es gibt ein Mining-Point, was wohl automatisch, oder fast automatisiert, haben sie gesagt, läuft, ne? Ein Bergbau-Außenposten. Genau, dann gibt's einen Covalex-Handelsposten, der sehr interessant ist. Aber der eigentliche interessante Knackpunkt am Baker-System, und jetzt sollten alle Racer die Ohrchen aussparen, das sind die illegalen Untergrundrennen, die dort stattfinden. Die sowohl die gefährlichsten in der Galaxis sein sollen. Da sind nämlich Waffen erlaubt, stand nämlich auch drin in der Galaxie. Ja, ja, und keine Regeln. Und keine Regeln. Und eigentlich wissen die Beteiligten eigentlich die genauen Daten immer erst 24 Stunden vorher. Also keiner weiß so richtig, das wird nämlich auch von einem Konzern organisiert, der auch unbekannt ist. Also es ist alles, ja, viele Todesopfer fordert es leider auch des Öfteren. Aber es ist wohl sehr spannend und findet alle sechs Monate statt. Und deswegen rennen da auch alle hin. So ist es. Also das ist so die grundsätzliche Info über das Baker-System. Wenn ihr da Interesse dran habt, schaut nochmal direkt rein. Bei SCB gibt's da den ganzen Artikel für euch. Ja, und von hier aus gehen wir zu unseren Videos. Und ja, passend natürlich zur Misk Prospector und der ganzen Mining-Mechanik haben sich Weizen und Dozer mal mit dieser Mechanik genauer auseinandergesetzt. Haben da ein sehr, sehr schönes Showcase aufgenommen und erklären euch, wie ist bei Star Citizen eigentlich das Mining vorgesehen. Was gibt es da so für Positionen? Was muss ich da beachten? Was ist es eigentlich für eine Mechanik? Sehr ausführlich, sehr schön und vor allem relativ komplex. Schaut mal rein, das ist für all euch Miner da draußen bestimmt interessant. Ja, und auch interessant, wer sich für das Heimann-System von Sawyer interessiert, von Bob Sawyer, der, es gibt jetzt ein Voice-Over, was wir oder beziehungsweise ich gemacht habe, genau, zum Oberon-System. An dieser Stelle vielen Dank für alle Astrophysiker da unter euch. Eigentlich finde ich das gar nicht schlecht, hier sollte man vielleicht mal einen Aufruf machen, weil doch mal natürlich redaktionelle Unsauberheiten oder Ungenauigkeiten passieren können. Der Neutronenstern hat nicht die doppelte Dichte unserer Sonne, sondern die doppelte Masse. Und so ist es. Das war ein kleiner Übersetzungsfehler von uns. Und an dieser Stelle, ja, aber vielen Dank und... Ja, korrigiert uns gerne. Ja, und lehrt uns und wir sind ja auch keine Astrophysiker. Aber wir hoffen, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wer hier noch nicht reingehört hat, hört rein und ja, ist ein schöner Bericht über das Oberon-System. Finde ich auch, absolut. Ja, keep it coming, CAG. Wir freuen uns sehr, immer diese Voice-Over machen zu können. Ja, von dort aus gehen wir dann nochmal zu einem kleinen Extrathema. Und zwar möchten wir euch gerne und wärmstens empfehlen, dass unser Crash-Core, die Crash-Community, hat einen eigenen YouTube-Channel gegründet. Ja. Der ist wirklich von der Community für die Community. Wir werden da gar nicht viel machen, wir sind da gar nicht viel involviert. Das machen wirklich unsere Leute. Die haben sich das gewünscht. Sie möchten auch was machen auf YouTube und möchten auch sozusagen das Core-Leben darstellen. Mit eigenen Formaten, eigenen Let's Plays, Berichten. Also das ist für uns halt auch total spannend. Total cool. Ja, genau. Hin und wieder werden wir natürlich da mal so als Gäste auftreten. Aber grundsätzlich, genau, grundsätzlich ist das von unserer Community. Das heißt, im Link hier in der Beschreibung findet ihr auf jeden Fall den YouTube-Channel. Wenn ihr es euch interessiert, dann guckt doch mal vorbei. Lasst denen auch den einen oder anderen Kommentar da. Die geben sich sehr viel Mühe, um die Videos hinzukriegen. Wir haben jetzt, glaube ich, mit dem ersten sind sie gerade gestartet. Darum wollten wir es euch jetzt mal ans Herz legen. Ja. Ja. Und apropos Herz, wo, ach so, da sind wir direkt bei Interaction in dem Punkt. Genau. Wofür schlägt euer Herz denn bei der Prospector? Genau. Ist Mining für euch interessant erstmal? Ist es eine spannende Karriere? Findet ihr die Prospector als Schiff gelungen? Dafür haben wir jetzt die Abstimmung bei Interaction. Geht auf unser Google-Plus-Profil und da könnt ihr dann euer Voting hinterlassen. Wir werden das dann natürlich auswerten. Genau. Und wann? Natürlich nächste Woche, wenn wir euch dann wiedersehen auf dem Channel. Ja. Und bis dahin, lasst uns Feedback da, Kommentare, Daumen hoch, Daumen runter. Ja, alles, was euch so einfällt. Gedanken, Anregungen, was auch immer. Und unterstützt euch. Abonniert den Channel auf jeden Fall. Ja, dadurch unterstützt ihr uns auf jeden Fall sehr. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, was wir machen und unsere ganzen Anstrengungen hier für Star Citizen gut findet, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Da könnt ihr uns persönlich unterstützen. Und es würde uns sehr, sehr freuen als YouTube-Creator. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Cecilia und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the Flight Deck! See you on the Flight Deck!